Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, tja, nur noch wenige Stunden, dann ist es schon vorbei, das Jahr 2021. Ein Jahr, das gefühlt eigentlich keins war, zumindest nicht so richtig, denn die Pandemie hatte uns weiter im Griff. Trotz großem Engagement und vielen Fortschritten, wie zum Beispiel den Impfungen, sollten die Virologen mit ihren Vorhersagen leider recht behalten. So mussten wir in den letzten 52 Wochen erneut mit großen Einschränkungen leben, sowie unter anderem auf viele traditionelle Zusammenkünfte und Festivitäten verzichten. Auch heute an Silvester können wir leider noch nicht zur gewohnten Feierlaune zurückkehren. Aber ein bisschen Feiern gehört dazu. So werden meine Frau und ich ganz traditionell gemeinsam mit Freunden, die uns schon seit Jugendtagen begleiten, in das neue Jahr starten. Natürlich im kleinen Kreis und unter Einhaltung der Corona-Regelungen. Ich weiß zwar nicht, wie Sie alle den Silvesterabend bzw. die Neujahrsnacht verbringen. Vielleicht besuchen Sie zum Jahresausgang einen Gottesdienst. Vielleicht treffen Sie sich mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Vielleicht genießen Sie den Jahreswechsel aber auch einfach ganz gemütlich zu Hause. Wie auch immer, ich könnte mir vorstellen, dass da jeder so seine eigenen Gewohnheiten und Rituale hat. Und das ist auch gut so. Nun das neue Jahr. Wie sollen oder wollen wir es angehen? Was oft dazu gehört, sich gute Vorsätze vorzunehmen, neue Ziele für 2022 zu stecken oder einfach guter Hoffnung ins neue Jahr blicken. Dabei kann und soll man durchaus ein paar Wünsche mitnehmen. Einer meiner Wünsche verbindet uns sicher alle miteinander. Es ist der Wunsch, dass unsere Familien im neuen Jahr gesund bleiben und die Pandemie unser gesellschaftliches Leben irgendwann nicht mehr dominieren wird. Und für unsere Stadt wünsche ich mir, dass wir bei unseren vielen vorhabenden Projekten gut vorwärtskommen. In baulicher Hinsicht gilt das beispielsweise für das begonnene Feuerwehrhaus, den Neptun-Spielplatz, aber auch für die Sanierung verschiedener Straßen sowie den Neubau des GTO in Trägerschaft des Landkreises. Daneben gilt es, Neues zu planen und auf den Weg zu bringen. Das alles dürfen und sollten wir hoffnungsvoll angehen. Wir haben mittlerweile gelernt, mit den Widrigkeiten umzugehen. Und wenn die Corona-Pandemie im positiven Sinne eines nochmal gezeigt und unterstrichen hat, dann ist es, dass wir gemeinsam im Zusammenhalt vieles meistern können. Dazu wünsche ich uns gemeinsam ein gutes Gelingen und jedem Einzelnen natürlich das Wichtigste, Gesundheit. Auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2022!